Geht ab, ne? Ja. Gott sei Dank hat der Random die Bombe. Okay, hat sie weggeworfen. Oha, fliegt die Smoke denn hin, Junge. Aha, minus 40, recht das Eck. Ja, sicherlich. Oben, oben. Ja, der Random hat ihn geholt, aber er kommt, Speedway ist glaube ich einer, der hat die Flash nicht geholt, gehört. Bombe hat ihn geplant. Einer ist K. Pass auf, einer muss... Ah, ja. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Aha, ah, ja, 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 100 pro hat der an, alter der Typ. Weil's wieder alle hunten gehen. Ohne Scheiß, das ist... Der hat vorhin schon so ne Klicks gemacht, wo ich mir dachte, ähm, ne. Gerade eben kein Meter getroffen am Auto, weißt du. Und dann auf einmal durchdrehen. Gehen kaufen? War ne Frage? Let's go! Uah, ich glaube die Frage ist beantwortet, oder? Ja. Oh, gut. Er pusht Mitte. Einer. Er hat P90. Unglaublich. Gute, dass ich Kevlar gekauft hab mit Helm. Hat viel gebracht. War das hier? Ja. Der Nvidia-Typ. Jetzt klauen wir mal die Knifte, Alter. Main pusht, oder? Ich guck mal den random zu. Ja. Ja, die sind denen hinterher gelaufen. Ich bin auch nicht dumm. Wo zum Teufel? Einer Sunspot. Gehen wir mal nach hinten oben? Ich seh ihn nicht, Alter. Da kommt nix. Wow. Schlechtsinn. Ja. Hat der gerade dich durch die Wand weggesprayet? Ja. Hat er. Ja. Der Glock, ne? Die ist so behindert, die Knitte. Ja, die macht keinen Schaden. 20 und 2. Junge. Ja. A versuchen. Ich hab eine Flash. Uh. Dann natürlich. Dann haben wir alle Chance der Welt. Flashback. Weil die Awe hinter K steht. Throw in smoke. Ja. Hör da mal auf mit deiner P90, du Banane, Alter. Gibt's doch nix an der Mitte. Grenade. Ich fange in die Flashback. Smoke. Fange in die Flashback. Diese Flashs on spot sind da. Die sind perfekt. Ich fange in die Flashback. Noch einer Main. Er kommt. Das gibt's doch gar nicht. Er kommt am Main hinterher gerannt. Ich werde der Flazen. Ich... Ja, cool. Denk dran, einer ist Main, ne? Genau der. Oh, fällt von der. Dei, du Stück Dreck, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Er weiß, wo jeder steht, Alter. Ja, guten Tag, Jörg. Ja, ein guter Schätzer. Ja, weil Flo sich gar nicht bewegt hat. Ja, der hat die Fliegen gehört beim Flo. Die was? Die Fliegen. Ja, du möflest. Okay, okay. Und davor kommt wieder ein Agro. Und davor kommt wieder ein Agro. Grenade out. Throw in the Flashback. Ach, sorry, Flo. Oh, Junge, Alter. 40 HP, good job. Hinterkiste. Haben? Den nächsten noch einmal, der ist sich der voll schnell, Alter. Boke. Eines, A und Spot. Linkes Seite. Er steht wirklich da. Helfen, glaub ich. Ja, einen oben. Oh. Ich hab noch einer Flash. Wo guckst du? Oben. Hinter dir. Hinter dir T. T hat gesprungen. Da war er. Helfen. Ey, es ist doch nicht. Er ist voll blind, Mann. Ey, ich raste aus. Schafft aber noch, Alter, der Dreckssack. Meine Fresse. Der Helfen hat da vorne 50 Stunden. Das ist weh. Ah, den wollte ich ja sowieso reporten. Ganz vergessen. Aim-Hack. Wir müssen gewinnen. Wir müssen gewinnen. Mal. Manuel wäre dann übrigens noch bei dem Spiel dabei, wenn wir noch eins zacken. Na, ich bin nach dem Spiel eher raus. Und hab da drauf'n Platz. Ja, super. Dann können wir ja nochmal einen random reinnehmen. Achso, scheiße. Was ist denn jetzt? Elfe. Halb elf. Ja, mal gucken, was für Zeit ist, weil wir weggeklingelt um halb fünf. Oh, nice. Ich hab doch gerade ein kleines Mimimi gehört, oder? Ja, auch andere Leute müssen arbeiten gehen. Ja, steht hinten im BK. Wenn ich jetzt um die Ecke gucke, krieg ich einen Headshot. Aber nur dran. Ja, das ist doch nicht zu fassen, Mann! 86 in 7. Ey. Save die Waffe einfach. Nimm vor allem die M4, ne? Ja, ist ja egal, ist ja Headhunter. Nein. Kannst mir nicht erzählen, dass der nicht an hat, Mann. Er macht 24 Kits ohne... ...ohne sich zu schämen. Alter, der hat mein Geburtsabung geschossen, die haben wir 24-10. Oh, da noch. Toll. Ich boost dich mal, Flo. Together we can do this. I throw the flashbang. Flashbang. Smoke. 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 Denk mal Bock, über die Mitte zu gehen. I throw the grenade. Na klar ist er close links. 120. Er ist immer noch, oder? Er ist tot. Tch. Viel ruhig weiter. Passt. Einer Whitebox. Das war meine Smoke. Soll ich auf B oder auf A gehen? Vielleicht starb ich auch einfach. Einer im Schachtraum. Alter! Der A ist hier. Ja, der schießt mich von B ab, Mann. Oh, jetzt haben sie die scheiß Bombe. Einer noch. Der ist links ge... Nein, nein. Andere Seite links. Weiter rechts. Ja genau, hinter der Wand. Hinter der Wand ist er. Nicht da, rechts. Ja genau, hinter der. Wie willst du das sagen? Hinter der Wand. Andere Seite links. Ey, das ist... Ja, Mann, dieser blöde Penner, Mann. Also entweder macht er richtige Lucky-Dinger. Gerade eben hat er nämlich auch nicht geklickt. Ja, die Womber... Wo brauchen wir nach so Geburtstag? Ich? Nein. 30. März. Ich schick dir ne Flasche Doppelherz. Bk, Kkk. Kk, 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 Kk. Rennade! So, das ist die Bombe, ne? Andere steht hier in der Mitte bei den... Oh, der flog auf gleich weg. One ist On-Spot! Klar, Headhunter! Boa, ich bin erschrocken, Alter! Ja, der letzte war B und das Headhunter. Der fliegt euch eh noch. Oh, die war... Hat jemand die Flasch gesehen? Die war richtig gut. Ja, ich hab die Smok gesehen. Nee, war nicht von mir. Alter, wer wirft mir denn hier einen Molly an den Kopf? Anti-Made. Oh, ey, Leute, wollt ihr mich verarschen? Du regst dich doch zu wenig auf. Alter, ich hasse euch so dermaßen, das gibt's gar nicht. Oh, ich hab den Galil gegen den Galil getauscht. Sehr clever, Daniel. Iron Po, Iron Po. Ja. Mach bitte, Alkar. Iron Po? Ja. Find ich gut. Danke. Oh mein, darf nur Meier sagen. Wir hatten mal Worms gespielt, da hieß mein Worms Iron Po. Oh, der ist umgefallen. Ja, ja, das ist Headhunter. Hä, was? Schon hab ich mal K. Klick. Oh, das ist Headhunter. Er geht von Mitte schnell auf B. Ja. Er steht da um die Ecke, Mann. Ausflippen, hochzählen. Ich guck mal dem Merc zu da, dem Random-Kack-Idioten. A sieht soweit ganz gut aus. Der Heidler, da muss diesen Quincy noch weg. Mein der Deagle von K. A ist frei, glaub ich. Nimm die Bombe und geh auf A rüber. Vor allem solltest du das machen, bevor sie verschieben. Ja, der eine kommt hinter uns. Ja, einer ist am K. Bei A. Hashtag fail. Alleine, der andere dreht sich auch gleich Bartsch weg. Naja, eben. B probieren. Er ist mal einfach nur mit dem richtigen Fuß aufgestanden, sagt er. Naja, auf jeden Fall. Und mit der richtigen Maustaste. Wahrscheinlich spielt er mit dem Controller. Ja. Und er steht mit der A hier links. Close links. Ich hab keine verschissenen HE gekauft. Achso, oder? Er sitzt oben auf dem Spot. Und einer ist hinterm Spot. Da an der Wand. Schacht, 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 Schacht. Schacht. Alle, bist du behindert, Alter? Einer müsste noch an Spot sein, Flo. Denk ich mal. Der hat auch Awe. Nice. B ist frei, oder? Jetzt sollte jemand die Bombe picken, wie Meier, und auf B geht. So, ja, oder so. Meier schlafen. Seven. CT. CT ist er. Der hat 10 HP. CT. Nicht 10 HP. Ja, doch. Doch. Der hat auch gar einen Kopfschuss bekommen. Oben. Er guckt beide CT, ne? Jetzt guckt er beide oben, oder? Was ist denn, die... Nice. Hätte ich nicht mit gerechnet. Den HP, die die hatten. Geht ihr? Den, den, den Meier umgelegt hat. Der hat doch gar einen Kopfschuss bekommen. Nee. Da hättest du doch einen... Ja, gut, ich habe 184 gedrückt. Hey, wir haben einen Bot. Wir haben Bot OP. Nein. Kann jemand befehligen, bitte? Aha. Sag mir nachher, dass er behindert ist. Hast du gesagt, go hier? Oder war er das? Einer pusht. Junge, die pushten alle. Oh, eine rechts. Geht auf A, einer war noch B. Meinst du mir die Bombe hin? Nee, ich habe 4 HP. Das ist oben. Kann man noch einer mit B? Weil allein... Oh, 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 oh. Da hinten ist einer hier. Von Main, der hat jetzt hier Arbe. Bei der Bombe. Er guckt, er guckt in der Eingang. Pass auf. Oh, 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 oh. Ja, durch... Ich habe einen Deren gegeben. Der letzte? Der letzte ist auf A, B. Geht auch. Ich konnte das Head haben, und er hat schon verschoben. Ich lege für Main. Ich schwöre, wenn jetzt irgendwie Speedway hochkommt oder so, ich raste aus. Komm, Speedway hoch. Aber gerade unten, Whitebox. Es ist vii... Es ist hier Scheiss, die Handtasche wieder. Aber dann nehme ich mal Abstand. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Mit dem Typen. Geht doch, Alter. Weg mit dem. Ich würde nur Pum, auch wenn ich 20 Schüss gebraucht habe dafür. Wir are going to win. Sagt mal gleich dem Bot, dass er stehen bleiben soll, bitte. Er hat ne Autopumpe. Keine Lösung. Ey, wie er nicht hört, ne? Ah, doch. Er stellt sich genau so, dass man ihn wegsnuggeln kann. Geil. Die kommen hier über Main, glaub ich. Ja, hier ist das Main. Kann sein, dass die durch den Schacht kommen. Flo, das ist die Bombe, ne? Ne. Der andere Flo. Jetzt kommt der Bot angerannt. Ah, ich raste aus. Jetzt geht er wieder zurück. Und der Bot pickt die Bombe, ne? Jawohl, er hat sie. Gehst du hin und drückst E. Ja, er rennt weg. Da ist Schacht drinnen. Natürlich. Mit der Scout. Ja, steht jetzt rechtes Eck. Rechtes Eck. Kommt langsam. Ja, von hinten kommen sie auch schon. Alle auf A. Herzlichen Glückwunsch. Nicht alle oder nur ein Teil wieder. Drei Mann. Ich sag alle. Ja, sorry. Alle außer der. Ja, jetzt sind sie alle auf A. Ganzes Feld von hinten auf räumen. Ne, ich hab kein Zeug mehr. Von wo denn? Achso, von hinter dir. Ah, die haben schon 15 Runden, Alter. Naja, wir haben doch mit dem Kackstifter gespielt. Jetzt dreht er von uns hier durch. Ach, er ist wieder da und hat gleich die Autotacker gekauft. Oh, wir haben den Bord für sich arbeiten lassen. Wobei der Bord besser war, ist er. Naja, also gefrackt hat er schon. Er macht halt nur, er spielt halt nur Anti-Made-mäßig noch. Hä? Achso. Okay. Hä, wo gewonnen hat er denn? Dicke Füße. Gleich oben gewesen. Whitebox-AEP. Okay. Natürlich. Immer noch Whitebox 50. White throw in the Flashbank. Flashbank. Boom. Throw in the Smoke. Ich versuch's auf A. Smoke. Flashbank. Der Rennon hat ein Wecker- Ja! Er steht im PK mit der Scout. Und der macht nur Headshot. Einer war noch B, glaub ich, gerade. Einer ist Y. Ja, das ist der mit Scout, pass auf. Headshot-Guy. Achso. Hinter dir, hinter dir. Oh, da oder im Zettel? Ja, ja, genau da war er. Das war nice. Genau, ich dachte, er ist zurückgelaufen. Endlich eine Breakout-Kiste. Mensch, da. Headshot ist bestimmt Silber-1. Der Bulle, 27. Ja, ja, Karus von denen, Leute, alle. Ja, ja. Ja, ich hatte ihn. Und ich dachte immer, dass es ihm war will. Und natürlich war's. Und... acht... Vielen Dank.